Kurkuma kommt von der Wurzel Kurkuma-Wurzel Wir finden das auch in Curry wieder Aber es absorbiert, es nimmt die Dinge nicht sehr gut auf Wenn man nur das Currypulver nimmt Dann bekommen wir nur sehr wenig ins Blut direkt Schwarzer Pfeffer ist schon viel besser Kurkuma-Produkte sehr gut Also da kommen wir an unser Ziel Das kann man auch intravenös geben Das ist die fünfte Ausgabe meines Buches Es ist bekannt unter diesem Titel Das erste Buch habe ich geschrieben 2003 War, weil ich etwas ganz Wichtiges entdeckt habe Diese Folie kommt von einer Universität in den USA Vor zwei Jahren 15 Jahre lang haben sie Naturmedizin getestet Gegen alle möglichen Krebsarten Meistens haben sie gearbeitet mit Mäusen und Ratten Das sind keine menschlichen Versuche Wenn man sie mit Krebs injiziert hat Eine sehr schlimme Krebsart Sarcoma Was es gezeigt hat Innerhalb von weniger Tagen sind sie alle gestorben Da wo die Linie nach unten geht Das heißt sie sterben Wenn man die Ratten mit Krebs injiziert Sterben sie Wenn man sie zusätzlich grünen Tee gibt Manche von ihnen leben länger Gib ihnen Traubenkern-Extrakte Die lilafarbene Linie Leben mehr Mäuse oder Ratten länger Kurkuma Alle leben ein paar Wochen länger Manche sogar einige Monate länger Und das ist ein sehr gutes Ergebnis Sterben trotzdem alle noch aufgrund des Krebses Es geht immer um die richtige Kombination Synergien zu nutzen Und ich habe einige Muster entdeckt Die Synergien herstellen Was sie herausgefunden haben ist Grün Tee und Kurkuma Zwei von dreien haben länger gelebt Als die normale Lebenserwartung Keine natürliche Medizin Boom Zwei verschiedene Medizinische Natural aus der Natur kombiniert Leben sie länger Grün Tee Kurkuma Und Trauben Kernextrakt Übersteigen ihre Lebenserwartung Von vier können das dann Von fünf können das vier Ihre Lebenserwartung übertreffen Sie haben es veröffentlicht Ich habe es schon vor zwölf Jahren Veröffentlicht Das zeigt die Bedeutung der richtigen Kombination auf Es gibt nicht eine magische Kugel Ja